Nordkorea! Da weiß man sofort, was man hat. Die Nummer 1 im weltweiten Diktaturen-Ranking. Die Deluxe-Version aller Schreckensherrschaften. Und klar, wir kennen alle ihn, den irren Diktator. Äh, ich meine ihn. Aber kennt ihr auch sie, die Frau im Hintergrund? Nee, solltet ihr aber. Sie ist die Schwester von ihm. Kim Yo-Jong. Man nennt sie die Prinzessin von Pyongyang. Oder auch die geheime Nummer 2 Nordkoreas. Zunächst galt sie als Friedensbotschafterin. Sie ist der erste Mitglied der Kim-Dynastie, seit der koreischen Krieg zu besuchen. Aber ganz so friedliebend ist sie dann doch nicht. Abschauen. Diktaturen-Schwester droht Südkorea mit gnadenloser Zerstörung. Öffentlich sprechen darf nur ihr Bruder. Aber ihre schriftlichen Statements sprechen Bände. Die Frau ist womöglich die wahre Macht in der bizarren Diktatur. Zieht sie aus dem Hintergrund die Strippen? Ist sie Nordkoreas nächste Diktatorin? Wer ist die Frau hinter Kim Jong-Un? Der 28. Dezember 2011. Ein denkwürdiger Tag für Nordkorea. Ein ganzes Land weint um seinen großen Führer. Aber wie heißt es so schön? The King is dead. Long live the King. Kim Jong-Uls Nachfolger wird, für viele überraschend, sein Sohn. Kim Jong-Un. Mit gerade einmal 27 Jahren ist er der neue oberste Führer Nordkoreas. Der 28. Dezember 2011 ist aber auch deshalb ein besonderer Tag, weil sie das erste Mal in der Öffentlichkeit auftritt. Kim Yo-Jong. Nicht vorne in der ersten Reihe wie ihr Bruder, aber immerhin. Sie war Daddys Liebling. Seine Prinzessin nannte sie ihr Vater Kim Jong-Il. Seine süße, süße Yo-Jong. Heute redet die süße, süße Prinzessin übrigens so. Menschlicher Abschaum, Bastarde. Aber der Reihe nach. Seit ihrem ersten öffentlichen Erschein 2011 gewinnt die unscheinbare Kim Yo-Jong in Nordkorea immer mehr an sichtbarem Einfluss. Warum? Weil ihr Bruder ihr vertraut. Und dieses Vertrauen hat er nicht allzu oft. Südkoreanischen Geheimdiensten zufolge hat Kim seit seiner Machtübernahme mindestens 70 Regierungsvertreter exekutiert. Unter anderem seinen einst mächtigen Onkel Yang Song-Taek und Armeeminister Hyong Yong-Schol. Ja, jetzt sind südkoreanische Geheimdienste nicht die allerneutralste Quelle, wenn es um Nordkorea geht. Und man sollte auch nicht alle Horrormärchen glauben. Aber auch die Ermordung seines Halbbruders soll Kim Jong-Un in Auftrag gegeben haben. VX, diese beiden Buchstaben stehen für eine Massenvernichtungswaffe. Damit soll der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators in Malaysia ermordet worden sein. Unter Verdacht Nordkorea. Von den sieben Personen jedenfalls, die 2011 den Sarg seines Vaters Kim Jong-Il zu Grabe trugen, ist niemand mehr am Leben. Und ganz sicher sind nicht alle eines natürlichen Todes gestorben. Aber seiner Schwester, der süßen, süßen Prinzessin, vertraut er wie niemanden sonst. Sagt Prof. Dr. Lee Song-Yoon, der Autor der ersten Biografie zu Kim Yo-Jong. Und wo ist dieses Band entstanden? Genau hier in der Schweiz. Ein Land, das normale Nordkoreanerinnen jetzt eher nicht zu Gesicht bekommen. Aber für Diktatorenkinder gelten auch in Nordkorea andere Regeln. In einer streng geheimen Mission, als Kinder nordkoreanischer Botschafter getarnt, wachsen beide Kim Yo-Jong, ja, das ist sie wirklich, und ihr vermutlich drei Jahre älterer Bruder Kim Jong-Un in Bern auf und besuchen dort eine internationale Schule. Zunächst leben sie bei ihrer Tante Ko-Jong Suk, bis die… Ah, das mit dem Vertrauen hatten wir ja schon. 1998 ist ihre Tante wirklich einfach mal so zum Erzfeind übergelaufen. Und trotzdem bleiben Kim Yo-Jong und ihr Bruder noch zwei Jahre in der Schweiz. Und bis heute ist Kim Yo-Jong die engste Vertraute ihres Bruders. Wann immer er sie braucht, kann er auf sie zählen. 2014 zum Beispiel. Im Herbst 2014 ist Kim Jong-Un abgetaucht. Offenbar ist er ernsthaft erkrankt. Und wer tritt an seine Stelle? Im gleichen Jahr wird Kim Yo-Jong zur Direktorin des Propaganda- und Agitationsbüros. Oder einfach gesagt Kim Jong-uns PR-Beraterin. Und wie nutzt sie diese neue Position? Indem sie ihren Bruder als volksnahen, Freizeitpark-liebenden Reitersjung inszeniert. Und gleichzeitig damit anfängt, einen neuen Ton gegenüber Südkorea anzuschlagen. Sie nennt Südkoreas damalige Präsidentin eine… Skirtlifting, crotch-licking whore. Also sinngemäß übersetzt heißt das eine billige, schrittleckende Hure. Wow. Grund genug für eine Beförderung, oder? 2017 wird sie in das Politbüro aufgenommen. Dem höchsten Entscheidungsgremium der Regierungspartei. Kim Yo-Jong ist nach einer ihrer Tanten. Er ist die zweite Frau, die es in über 70 Jahren überhaupt in diesen inneren Zirkel schafft. Seitdem ist Kim Yo-Jong immer irgendwie da, wenn es wichtig ist. Mal im Vordergrund. Mal im Hintergrund, wie hier, bei den Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-Un, dem besten PR-Stand, der je einem nordkoreanischen Diktator gelungen ist. Und was dabei immer wieder auffällt, wenn man genau hinschaut, die besondere Beziehung zwischen Kim Yo-Jong zu ihrem Bruder. Das hier ist eine ganz besondere Szene. Ein rarer privater Moment abseits der offiziellen Propaganda. Aufgenommen auf einer Reise zum Gipfeltreffen mit Trump. Und diese kleine Szene erzählt noch etwas anderes. Von nordkoreanischer Paranoia nämlich. Kim Jong-Un will unter keinen Umständen DNA-Spuren im Ausland hinterlassen. Weder mit Asche, noch mit seinem Hintern. Es wird nämlich nicht nur ein Kristallaschenbecher auf Reisen mitgenommen, sondern auch eine Privatoilette. Kein Scheiß. Ansonsten ist das Privatleben der Kims, wie vieles in Nordkorea, ein absolutes Staatsgeheimnis. Wir wissen eigentlich nichts. Kim Yo-Jong soll einen Abschluss in Informatik haben. Sie soll verheiratet sein mit einem Mann namens Choi Song, der mutmaßlich der Sohn des offiziellen nordkoreanischen Staatsoberhaupts Choi Ryong-hae ist. Even the year of her birth is contested. The United States lists the year of Kim Yo-Jong's birth as 1989, I believe. The South Korean government lists Kim Yo-Jong's birth year as 1987. I doubt she was pregnant, but in the end we don't know if she has a child. Naja, vielleicht muss man auch nicht alles wissen. Oder? 2020 ist Kim Jong-Un mal wieder abgetaucht. The health of North Korea's dictator and the control of that country's nuclear weapons is in serious question this morning. Kim Jong-Un did not appear at a major public celebration last week. Now there is a report unconfirmed by CBS News that he had heart surgery and maybe fighting for his life. Seine Schwester Kim Yo-Jong übernimmt offiziell die politischen Beziehungen zu Südkorea und den USA. Als nordkoreanische Überläufer von Südkorea aus Botschaften per Luftballons über die Grenze schicken, reagiert sie zuerst so. Menschlicher Abschaum, Bastarde. Und dann so. An der streng bewachten Grenze hat Nordkorea ein Verbindungsbüro, also eine Art gemeinsame Botschaft, gesprengt. Sie lässt einfach das interkoreanische Verbindungsbüro, ein Symbol der Verständigung, das erst zwei Jahre vorher in Betrieb genommen wurde, in die Luft sprengen. Und dann packt sie die ultimative Keule aus. Kim Jong-Uns Schwester droht Südkorea bei Konflikt mit Atomwaffen. Nordkorea und ihre Atomwaffen. Boah, herrlich, dieses Video. Aber jetzt mal im Ernst. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich über Nordkorea und ihre Propaganda lustig zu machen. Aber dabei ist das alles überhaupt nicht lustig. Ein Land im Besitz von Atomwaffen mit einem unberechenbaren Diktator an der Spitze. Und einer Schwester an der Seite, die längst nicht mehr eine süße, süße Prinzessin sein will. Die süße Prinzessin ist zur Hardlinerin geworden. Und jetzt ist die Frage, wie herzkrank ist Kim Jong-Un wirklich? Sein Vater und Großvater starben jedenfalls an einem Herzinfarkt. Was würde passieren, wenn Kim Jong-Un plötzlich stirbt? Er soll Kinder haben, aber diese sind laut dem engen Freund der Basketballlegende Dennis Rodman wohl noch zu jung für den Thron Nordkoreas. Wäre Kim Yo-Jong dann die erste Frau an der Spitze? Es geht darum. Vielleicht wurde Kim Yo-Jong geboren, um ein König zu erheben. Vielleicht könnte Kim Jong-Un für die nächsten 50 Jahre regeln. Aber wenn für irgendwelche Grund Kim Jong-Un seine Gesundheit falsch geht, dann wird er nicht kapasitiert, sagen wir mal, heute. Wer außer Kim Yo-Jong ist erheblich, um zu übernehmen? Ich sehe niemanden. Ist der nächste Diktator Nordkoreas also eine Diktatorin?